Ich glaube, dass wir den Wandel hart bezahlen. In Silicon Valley sterben ja auch zehntausende Firmen auf jedes Einhorn. Also Einhorn ist mehr als eine Milliarde Bewertung. Wenn das so ist, dass auf eine Firma, die jetzt vielleicht ein bis zehn Milliarden wert ist, wenn auf jede dieser Firmen zehntausend andere sterben oder nur so ein bisschen was werden, dann kann man schon die Frage stellen, ob Innovation sich im Ganzen überhaupt lohnt. Also betriebswirtschaftlich. Ich rechne jetzt als Kosten die ganzen sterbenden Firmen dagegen und alle die kleinen Unternehmer, die idealistisch so drei Jahre für umsonst arbeiten, die haben ja jetzt einen Gehaltsverzicht geübt die ganze Zeit. Wenn ich das als Kosten rechne, die ja indirekt durch die Innovation entstehen, dann wird eher herauskommen, dass wir ein Minus machen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum es uns so schlecht geht. Also das ist ein bisschen, das will ich nicht so, das ist eine steile These. Das müsste man nachprüfen. Also es kann sein, dass wir durch dieses Zeitalter der Überinnovation so viel Geld in Innovationen versenken, also in die Erfolglosen, dass wir zwar die Welt sehr schnell besser machen, also weil ja manche Innovationen durchkommen und die Welt besser machen. Das heißt, wir erzielen eine Verbesserung der Welt sehr schnell, aber wir verbrennen unnötig viel Geld damit, als wir die Erfolglosen alle beerdigen müssen. Und das heißt, dass wir die Welt sehr schnell verbessern, aber eigentlich nichts in der Lohntöte haben, weil irgendwo das Geld ja verschwindet. Ja, also und zwar in erfolglosen Innovationsversuchen. Und das wird eigentlich nicht betrachtet. Und es wäre vielleicht ganz gut, wenn man jetzt so eine, sagen wir mal, Glasfasertechnologie hat, so für Internet, dann sagt man einfach, wir entschließen uns als Volk, die jetzt zehn Jahre zu benutzen. Ja, bei UMTS war das so, die haben doch da 100 Milliarden für die Frequenzen bezahlt. Und dann ist das UMTS eigentlich nur so ein paar Jahre da gewesen, dann ist ja die nächste Technologie schon wieder gekommen. Und dann sagen sie, da sitzen wir auf den Verlusten. Das heißt, wir tun so, als wenn wir eine gigantische Weltverbesserung haben. Die kostet sehr viel Geld, die Fehlversuche kosten sehr viel Geld und nach drei Jahren kommt wieder was Neues. Und das kostet was. Das ist auch bei Medizin so. Wenn jetzt CRISPR-9 durchschlägt und dann kommt aber drei Jahre später 13D und nochmal drei Jahre später 15Y oder so, dann müssen wir diese Kosten immer neu bezahlen. Und ja, irgendwie geht es uns nicht viel besser, also obwohl die Technologie besser geworden ist. Das muss man sich irgendwie mal fragen. Ich stelle immer die Frage, Leute, wir haben mal eine 35-Stunden-Woche gehabt, so Ende der 80er. Und jetzt arbeiten alle Leute freiwillig, oder sagen wir mal, per Tarifvertrag ist meistens alles auf 38 und 40 Stunden wieder zurückgenommen worden, ohne Lohnausgleich, einfach so. Und faktisch arbeiten Leute auf 50 Stunden, also von 35 auf 50 sind ungefähr 50 Prozent Aufschlag. Ja, und arbeiten manchmal noch am Wochenende und so weiter. Wenn man das alles zusammenzählt, arbeiten wir im Vergleich zu vor 25 Jahren um 50 Prozent mehr und haben eigentlich nicht so viel mehr Geld. Und das bleibt doch irgendwie. Das ist nicht so, dass der Zuckerberg das alles hat. Das verschwindet, glaube ich, in eine Überinnovation. Wie viele Unternehmen gehen jetzt wirklich pleite, weil sie die Ziele der Innovation nicht erreichen? Und dann haben wir als Kosten der Innovation auch noch die Alten, die alle kaputt gehen, die Karstadt und so die Kaufreisage implodieren und so weiter. Das heißt, ich habe ja eine Disruption im Markt und töte ganze Industrien ab. Und wie gesagt, und dann die Fehlversuche muss ich noch zusammenzählen und so weiter. und die ganzen Arbeitsplatzverluste und die Sozialabgaben und so weiter. Und dann ist das relativ teuer, die Welt umzustellen. Die Frage wäre, philosophisch zu stellen, sollte ich sie so schnell umbauen? Oder sollte ich nicht vielleicht irgendwie mal so irgendwie sagen, jetzt frieren wir das immer alle zehn Jahre ein und fangen dann wieder neu an? Es ist schwer zu regeln mit dem freien Markt, das verstehe ich schon. Aber jetzt philosophisch gesehen wäre es besser, man trägt die Kleider mal auf, die man gekauft hat, und kauft sich nicht jeden Tag neue. Also als Privatmensch werden wir auch kritisiert, dass wir das so machen. Und in der Industrie ist das so ähnlich. ich und auch glaube ich, Vielen Dank.